Und das hier ist ein zückender Rüde, der sehr viel ruhiger ist, freundlich, ein bisschen zurückhaltend. Und einen Vorbiss hat er auch. Was bist du denn in Schnauzele, Schätzle? Ist ja gut, ist ja gut, Schätzle. Ja, ein ganz entsanftes Wesen. Ui, ui, ui. Wir haben aber ein grauenvolles Gebiss, ha? Ein grauenvolles Gebiss haben wir, kleiner Schnuppi, du, ha? Ja, aber so ein süßer Pupp ist das. Ein hübscher kleiner Rüde, kastriert. Mal schauen, wie er heißt und wie alt er ist. So. Oh Gott, das ist heute ein absoluter Schlammtag. Es ist jetzt zwei Tage durch, drei Tage durchgeregnet jetzt. Heute ist erst wieder schönes Wetter und die Hunde schauen halt jetzt nicht so hübsch aus. Gell?